Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP, euer Chidding am Start und natürlich auch euer Rupert wieder hier. Yo, yo. Wir sind hier schön, schön jetzt, nach langer, langer Zeit. Nach langer, langer Weile. Nach langer, langer Weile sind wir jetzt bei der Kirche angekommen. Und ich bin ready for the fight. Ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil das jetzt auch für mich bleibt. Ich kannte mich schon vorher schon so ein bisschen. Aber jetzt weiß ich nicht, was auf uns zukommt. Was auch immer Wolf plante, ich musste mich später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Er war versetzt worden, um den Flakturm am Tiergarten zu kommandieren. Ich improvisiere nicht gerne, aber das HQ glaubte, eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben. Und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen. Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen. Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage, wer auf mich warten würde. Die Deutschen oder die Russen. Kein Zweifel, dass sie mich erwarten würden. Das ist immer die Frage. Die Deutschen oder die Russen. Das stell ich mir auch rüber, wenn ich in die Disco gehe. Wer fängt Streit an? Ach nee, gar nicht. Da muss man eigentlich nochmal die Türken mit reinziehen. No racist, no racist. Chilt alle, chillt. Aber ist so. Diese Leute machen immer Stress. Wir kommen jetzt vom Zweiten Weltkrieg auf. So jetzt Neuzeit-Disco. Ja, ist so. Wie schießt der? Wie kann ich mich nochmal... Was ist der? Ja, wow, Alter. Ich bin verwirrt. Das ist mäßig dunkel. Ich glaube, das oben soll der Mond sein. Sieht aus wie so eine ausgegleichte Sonne. Achso. Okay. Oder sei noch... Kann man hier irgendwas taggen? Oh. Da auch. Oh, du bist auch weh hindert, ey. Ich dachte, da ist keiner mehr. Das war doch ein guter Hedger da. Das war alles cool. Ups. Ich werde dich finden, Mama. Hallo, Position under control, bitte. Bitte. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Was sollst du? Ich wurde angegriffen. Ach, die. Hier gibt es noch eine Glocke. Ja, toll. Hättest du das mal gewusst. Hätten wir das mal gewusst, Alter. In dem Spiel wird auch viel zu wenig erklärt. Bist du. Aber... Weil... Weil die haben eigentlich gesagt, auf den... Ähm... Diese Bombe ist auf den... Auf den... Auf das Dach des... des Kirchturms gefallen. Nur dann müssen. Und dann dachte ich mir, ja, wenn... Nur unter Kirchen da oben. Aber ich sehe ihn gar nicht wie mir kommt. Ist er tot? Ah, fuck. Ich hab ihn nur... Ich hab... Angeschossen. Toll. Er hat mich fast getaget. Wärst du. Hey. Wo ist das? Oh, Panzer. Oh, fuck! Uh! Bist du da? Oh nein, ich lebe. Kein Thema. Aber wo muss man denn angreifen? Was hat mich denn überhaupt... Du... Wo ist denn hier was? Ja, ich will eigentlich... Ich dachte, wir müssen nicht gerade rumlaufen irgendwie, weil... Ach da! Oder? Nee, ich sehe hier. Nee, ich sehe gar nichts. Ach da! Also wenn du draufschießen kannst, schieß. Ja, easy. Kein Thema. Ja, warte mal. Ich bin noch eine Minute. Hallo. Ja, läuft ja echt gut, muss ich sagen. Schon sechs Schuss gemacht, ist schon super viel explodiert. Oder ist da keiner mehr drin? Da hat doch gerade einer rausgeschossen, oder nicht? Oh ja, fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ja, der schießt noch ein bisschen. Ja, ich hab ein bisschen gecheckt. Hä, ich hab doch da... Ich hab doch sicher fünf Schüsse getroffen. Ich dachte, vielleicht muss ich da reinschießen. Oder da. Ich will nur da reinschießen. Verstehe ich nicht. Wo schießt du denn drauf? Ach so, da hinten. Ja, links auf diesen Tankdeckel. Ja, lass das mal ein Profi machen. Ja, das ist mir egal, ey. Ich räuber. Na also! Ja, also! Warum geht das denn bei mir nicht? Ja, also! Ja, ich hab immer noch gespottet. Ich glaube, hier ist hier nach... Ich denke, hier rechts ist... Ist in der Kirche oben, was sie? Kirche haben wir schon gecleared. Like a boss. Natürlich. Wo haben die mich denn gesehen? Ja. Da. Ich bin... Da ist schon wieder ein Panzer. Echt? Im Maximum 5, weil ich werde gleich sterben. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Haltet die Augen, Augen... Oh, jetzt ziehe ich aber nichts mehr ab. Nein, bei denen. Da. Na also, schön an die Backen. Schön die Backen durchgepierst. Aber mir geht's jetzt wie dir... Ach, jetzt hab ich einen gesehen. Oh, das ist der Panzer. Ich weiß jetzt nicht, ist da oben noch einer oder können wir den Panzer... Ich hab grad einen Bullet to my knee getaket. Aber ich lebe immer noch... Bullet to your knee? Kein Thema so, weißt du, der Panzer knallt mich ab, aber ich lebe trotzdem noch. Boah, ich dachte, das wäre ein Double. Warte, ist da gerade einer am Baum vorbeigelaufen? Ne. Seh die Gegner an dich, Mann! Er ist unfähig, ja, boah, jetzt sind seine Sachen. Is this real life? Well done! Ist der Panzer gerade vorgefahren? Okay. Ich glaube, das war gut. Und er hat eine Granate geworfen! Jetzt für diesen Moment, wo man einfach langsam läuft. Wichtig, als wenn man schleicht. Obwohl da eine Granate liegt. Das stimmt. Das ist eigentlich... Eigentlich, ja, stimmt das. Aber das ist voll oft so. Das ist irgendwas, das ist super creepy und crazy. Ah, von oben. Da ist ein Sniper. Wo denn? Hast du ihn getaket? Nö. Ja, einer ist hier noch vorne in dem Haus. Ich habe da seinen dreckigen Kopf gesehen. Der läuft dann dauernd rum. Ich glaube, ich weiß nicht, was sie tun. Oh, das war so dumm, Alter. Ich hätte ihn haben können. Oh, da hinten ist noch einer. Seidlich. Scheiß auf die. Entschuldigung. Papi. Hier gibt es doch nicht weiter, jetzt. Boah, ich will den Sturm! Ja, das will ich. Cover me, bitch! Wir hatten noch andere Spiele. Das ist so schlecht in dem Spiel, also wirklich. Ich spiele gerade nur mit Pistolen, ey. Was? Na also. Weil er war aber echt maximal verwirrt da oben. Das ist gar nicht wie ihm geschieht. Oh my goodness. Running around. Bring in the bring in the hook. Ach, da oben! Guck mal da! Ach, da ist ja einer! Ach, schau, sich ans M.G zu stellen. Joach, ich habe voll durch ihn durchgeschossen. So ein Donkey-Kopf, ey. Gut, dass der nicht am M.G war, ey. Ja, sonst wären wir da unten. Ist hier auch mal irgendwas? Feuer, klar. Das Feuer ist schon richtig cool, muss ich sagen. So breitet es sich auch gar nicht aus. Ah, da steht ein... Wollen wir den leise töten? Klar! Hallo! Hallo! Oh, hier ist noch einer! Warte mal, ich halte den. Ja, okay, dann. Auf drei. Oh, da raucht noch eine. Halt ihn! Komm, Alter. So. Sind hier irgendwo Gegners? Noch. Guck mal, hier sind sogar so Gas-Dinger. Ja, ja, schieß die jetzt nicht an, ey. Rupert, du kennst mich so gut. Der lebt, glaube ich, noch. Ja, scheiße. Wer lebt noch? Was ist das gemacht? Hast du mir in den Sack geschossen? Nein, warum? Ich tue das gerne in solchen Sch... Hallo? Oh, ich bin durch dich durchgelaufen, sehr gut. Ja. Ach, hier müssen wir jetzt gar nicht mehr... Müssen wir jetzt hier gar nicht rumlaufen, oder was? Hallo? Ja. Fuck. Komm, jetzt da runter? Einfach eine Treppe. Achso, ich dachte, die brennt. Wasch, leucht nicht. Jetzt kommen wir in die Kirche, da geht es jetzt bestimmt ordentlich ab. Okay. Wett, cutscene, cutscene! Doch nicht. Oh, shit. I doubt it. Warte, lass mal erstmal was Marken, wenn du das. Ich seh grad nix. Hm. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun. Oh, oh, ich werd gesehen. Boah, ich werd fast gesehen. Ja, aber... Ja, ja! Ja, wo denn? Ja, wir haben sie nicht gespottet. Jo. Lass ihn gesnackt. Ich mach jetzt. Das war's. Aber mein Bildschirm ist auch so dreckig. Ich muss den mal sauber machen. Wir sind ja so eine solche Fusse. Sie können auch das sind so eine solche Köpfe. Das ist nicht dumm, einfach nur richtig stupid. Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, mein Bluff. Ich geh mal up the bridge. Hier geht's doch nicht weiter. Geht's halt nicht weiter. Nee. Nein, wir müssen ja up the bridge gehen. Glaube ich. The bridge. Bridge sage ich, up the stairs. Hier oben ist aber gar nichts. Ja, ich glaub, die kommen dann jetzt gleich alle. Wo müssen, wo ist denn unser gelber Punkt? Der ist irgendwo da oben. Ach, hier kann man noch oben. Of course, of course. Ja. Jetzt komm. I'm coming for dead booty. Die Flaschen zum Abknallen, die Goldbahnen. Da, 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 da. Einfach laufen, 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 laufen. Da, von da oben, dass du immer schon alle wegsnacken. Ja klar! Wie immer! Wir hätten hier keinen Fahrschulen machen können Der war broken! Der ist broken! In der Church! Okay, warten wir auf Spiele! Ja, ich bin noch da! Ja, das sagt das Spiel nicht ich! Keep calm! Boah, Katz! Ja cool, ich glaube jetzt nur du hast diese geile Sniper, oder? Ja, du kannst sie dann später auswählen, glaube ich Ah, weißt du, die ist gut I doubt it! Natürlich kannst du die später auswählen Weiß ich nicht, vielleicht kannst du ja nur tun, weil ich hab ne Glatze No Racist, please! Ein Herz für Glatze Fuck! Dass du irgendwas siehst! Ja, da unten sind wir andauern Leute! Ja, ich schieß den andauern erstmal in den Arsch und dann in den Sack Das macht das smooth as fuck Ich hab noch nicht einen Schiss abgegeben! Ach, jetzt vielleicht! Aua! Toll! Von wem werde ich denn? Ah, das ist sein! Ah, na toll! Überlebe den doch auch noch! Das ist doch eine Bottle! Eins von drei hast du die Bottle gecleared Jetzt hab ich sie! Wow! Die war aber richtig sneaky versteckt! Auch kaum zu sehen! So, zeig ich mal jetzt hier! Ja, kommen die jetzt! Irgendwohin? Ja, unten, oh mein Gott! Ja, unten, oh mein Gott! Wo? Ach da! Da, wo die beiden Pfeile sind! Ich muss kurz hin... Ja... Ich muss kurz hin... Sorry, ich muss kurz hin... Ich muss kurz hin... Der Unprofessional hier... Ja... Always get your personal stuff done! Was ist denn der Kirche? Absurdes No-Goat! Oh, ich glaub ich... Oh, ich glaub hinter mir... Oh... Oh, Alter! Der war so tight! Aua! Fuck! Du musst hin... Du musst hier... Komm mal! Warte, ich muss erst mal reggen, Alter! Ich muss erst mal meine... Oh, was war das? Ja, ich bin hoch! Ja, warte! Ich komm hier nicht hoch! Ach so... Ich block' ich dich, oder? Ja, so mäß' dich! Hier ist ein Panzer! Ja, hier ist ein Panzer! BMG ist weg! Deadmastard ist weg! Das war mehr so'n... Panzerwagen! Ah, ich hab jetzt auch so'n Gewehr 43! Hast du eins gefunden, ja! Nee, das... Hab ich vielleicht schon die ganzen zwei! Du bist so'n Mann, Alter! Ups! Das war ein Bleifinger! Den hab ich auch manchmal! Ah, nein! Boah! Voll zerbauen! Ich werde immer noch gespottet! Ich weiß nicht, ob dort noch jemand ist! Ich hab ziemlich geklade! Mann, der Kirche! Nicht irgendwo jemand! Du schießt da undauernd einer! Skandal! 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 Ja, da steht einer! Wo, hier oben? Ja, da oben! Aber ich krieg keinen... Ich krieg keinen... Da steht er doch! Aber ich krieg keinen Fisch noch! Ach, hier lockt die alle oben! Alter! Was?! Na also! Draußen gibt's richtige Party, ey! Ja, hier ist ein Infektor-Panzer! Aber wo? Boah! Der war nice, glaube ich! Boah! Sweet! Boah! Schön die Zähne rausgezwiebelt! Mit Lemonade! Well done! Ich glaube, es gibt immer so einen Kill in jeder Mission, wenn man so einen... Sweet! Ja, genau! Wo man da eben süß machen kann! Und halt die Panzer-Kills! Die sind auch immer süß! Digga! Wo guckt der hin?! Das ist so stupid! Stoop! Wollt ihr jetzt noch Feuer? Wollt ihr noch ein Panzer? Das ist zu escape! Das heißt, wir müssen jetzt runter! Und da sind bestimmt Gegner! Der ist kaputt! Wo müssen wir hin? Verwirrt! Einfach raus! Optimale Verwirrung! Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist! Du schießt hier! Wo ist er? Kein Plan! Ich seh gar nichts! Alter! Wo ist eine Granate, die mir explodiert? Oh fuck! Wie bist du da runtergekommen?! Über die Treppe! Ja, wo kommt sie? What the fuck?! Ich bin maximal verwirrt! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oder doch! Ich weiß! Doch! Ich weiß! Oh mein Gott! Ich bin fast wieder zurückgelaufen! Das war so dumm! Wo ist der Gegner? Hast du die Gegner getaket? Ja, ich hab wieder alle! Well done! Mit deiner Pistole! Well done! Oder wo ist alles denn dein? Okay! Bam, 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 bam! Ich glaube er lebt noch! Natürlich! Ich schieße mir die Schulter! Du musst halb wegfliegen! Nein! Boah! Ich hab ne Errungenschaft bekommen! Profi scharf! Auf Schluss nein! Jawoll! Weil wir voll die Profis sind! So wie wir spielen! War voll geil! Richtig, richtig gut! Aber wir haben eine Bottle! Eine Bottle von 4! Du findest immer die Bottles! Ich glaub ich hab auch eine! Ich hab auch nur aus Versehen! Ich glaub ich hab auch eine gefunden! Irgendwann noch! Vor langer, langer Zeit! Oh mein Score war richtig scheiße! Kein Thema! Ja, Alter! Ja! Wie viel Score hast du denn? Nicht so viel! Das läuft tausend so! Aber du hast ja den ganzen Panzer geklärt! Vielleicht deswegen! Stimmt! Ja, ich hab die Panzer geklärt! Ja gut dann! Beenden wir die Folge hier! Wir haben gute 20 Minutes on the Clock! Also knapp! Ähm! Vielen Dank fürs Zuschauen der übelgeilen Pelikane! Und bis zur nächsten wilden Mission! Ja, ich bin draußen!